Musik Sie werden verhaftet. Warum denn? Sie werden verhaftet, weil sie sind von der dunklen Seite der Macht. Ich kann sie einfach umfahren. Sofort schießen, wenn er jetzt losführt. So, jetzt zu dir, Freundchen. Du bist verhaftet. Okay, hier sind wir. Was ist da los? Das ist doch alles schon längst um die Ecke. Ist doch alles schon passiert. Wo seid ihr die ganze Zeit geblieben? Wir haben uns verfahren. Aber jetzt sind wir da. Und was sollen wir tun? Und diesen Stormtrooper verhauen und verreifen. Und verpfeifen. Den Stormtrooper könnt ihr gerade mitnehmen in den Knast. Hey, machen wir. No, nee. Ich habe nichts Verdächtiges gemacht. So. Dann schieße ich eben den ganzen Porsche ins Lamm. So leicht schießt du jetzt nichts in Porsche. Warum? Weil du liegst. Kein Bock. Auf den Knast. Okay, wir müssen jetzt warten, bis das Militär kommt. Sonst allein können wir nichts machen. Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018 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 Wir fahren mit dem Panzer ins Auto rum.